Arbeitsbeginn für mich. Wir fahren jetzt auf Uwe Gühl. Der erste Tag bei den Staatsforsten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Besser als die Schule. Hier wird's, ne? Wird sie nach oben stehen, sondern nach unten. Erste Ausbildung, erstes Mal von zuhause weg. Erstes Mal alleine arbeiten auch. Man lernt auch viel über sich selbst kennen, wenn man draußen in der Natur hart körperlich arbeitet. Tja, Tja! Tja, Tja!